Hallo, einen schönen Tag. Ich bin Ersten Zürgen und das ist unser Stand Zürgen-Feinkost. Wir verkaufen südländische Feinkost-Spezialitäten wie Oliven, Antikost und selbstgemachte Brot-Ausstriche. Wir stellen unsere Pasten selber her, also wir füllen unsere Fabrikas auch selber her, alles in Stadtallendorf. Das ist ein Familienunternehmen, das seit Jahren agiert und unsere Pasten machen wir selbst, alles selbst. Also wir haben die Schwiegermutterpaste, das würde ich Ihnen empfehlen zu probieren, das ist meine Lieblingspaste. Und wir haben auch einige Pasten für Veganer, die vegan essen und wir haben auch derzeit eine neue Paste, die Weltmeisterpaste, die ist laktosefrei, auch für diejenigen, die laktoseintolerant haben. Also erstens, weil man, also das ist eigentlich nicht so weit weg vom Oberstadt, also vom Marktplatz sind es 100 Meter bis 200 Meter. Und ich meine, wer häufig leckere Sachen probieren oder essen möchte, dann ist es glaube ich schon noch nicht so schlimm, dass man hier 200 Meter weiter läuft. Und ja, also das ist ein angenehmer Ort mit einem schönen Ausblick und Kundensee, schauen Sie selbst, kommen Sie vorbei. Und ja, Marburg ist halt, ich habe hier selber studiert, fünf Jahre lang und hier sind viele Menschen, viele Jugendliche, die studieren. Es sind viele Touristen, sieht man immer wieder andere Menschen mit verschiedenen Nationalitäten und die Stadt ist einfach schön. Ich finde, ich bin auch hier geboren und die Stadt finde ich einfach klasse, da gibt es schöne Sehenswürdigkeiten und ja.